Hier habe ich von Leica einen Mana Case für Smartphones zum Testen bekommen. Für das Samsung Galaxy SX Edge. Das ist eine hochwertige Lederhülle mit außenroten Nähten. Dann ist hier einmal das Leica Zeichen eingedruckt. Und hier das Mana Zeichen. Das ist zum Aufstellen gedacht. Also kann man zum Aufstellen benutzen. Die Kamera liegt frei. Dann mache ich das Handy mal rein. So. Also sieht gut aus. Dann stelle ich es jetzt mal auf. So. Sieht man auch, wie das Klappteil zum Aufstellen. Hier ist noch diese Kurve, dass das sich dem Handy anpasst. Wenn man das vielleicht erkennt. Das hält dann nochmal das Handy zusätzlich. Also es geht nicht so leicht auf. Ich finde sie sehr schön. Und eine gute Herstellung. Herstellung. Das war's für heute.